Der Film, über den wir jetzt reden wollen, hat zum einen eine ganz große emotionale Kraft. Und ich sage Ihnen, wenn Sie den sehen, das ist auch wirklich großes Kino. Das ist Kino für die große Leinwand. Wenn Sie den sehen, werden Sie zum einen aufgewühlt sein, der wird auch in Deutschland zu sehen sein. Und zum anderen ist es aber ein Film, bei dem ich unheimlich viel gelernt habe, wo ich auch danach sofort angefangen habe, nochmal nachzulesen und zu googeln, zu gucken. Also wie waren die Zusammenhänge? Weil das tatsächlich, ich glaube, für Menschen, die jetzt nicht wahnsinnig gut Bescheid wissen in Norwegen, dass sie sich nicht mehr so gut machen, neue Geschichten sind wichtige Geschichten und sehr bewegende Geschichten. Dieser Film, eben aus Norwegen, läuft im Panorama der Berlinale, ist auf die Shortlist gekommen für den Oscar und ist eben hier noch zu sehen und im nächsten Kino heißt King's Choice. Ich glaube, der Originaltitel ist ein bisschen anders, ein bisschen eindeutiger, das Nein des Königs, wenn ich das richtig verstehe. Also King's Nay. Wir freuen uns sehr, dass der Regisseur dieses Films bei uns ist, Eric Popper. Hallo, hi, welcome Eric. Hallo, hallo, hallo. Gut, ja, wie hier. Hat viele Filme auch produziert, auch wichtige Filme, wie zum Beispiel der Somewhat Gentleman mit Selan Skarska. Da war der Produzent, also schöne norwegische Filme. Und ich freue mich sehr, das ist ein sehr internationaler Cast, weil dieser Film während der Nazizeit spielt. Da gibt es also auch viele Deutsche. Es wird auch viel Deutsch gesprochen in diesem Film übrigens. Und schon zum zweiten Mal während dieser Berlinale, ein wunderbarer Schauspiel aus Österreich bei uns, nämlich Karl Markowitz. Schön, dass du wieder da bist, Karl. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Und die Zeit, in die wir da also zurückkehren, ist eine extrem dramatische Zeit. Vielleicht die dramatischste Zeit ist maybe the most dramatic period in the history of Norway. It's 1940. And the people really expect that the Germans will attack the country. It's dark, it's horrible. And we can really feel, by the way, the atmosphere in that movie. It was really frightening in the beginning. So, was it, this was my understanding, so that people were not really prepared for that. They should await that attack, because it's clear, it's Germany. Also, am Anfang sieht man ja, wie die Menschen wirklich Angst haben. Auch der König Angst hat, die gesamte Familie weiß. Und es ist sehr, sehr beklemmt im Film, sehr, wirklich stark inszeniert, diese Angst. Und ich dachte mir immer, haben Sie es erwartet? Wussten Sie nicht, dass die Deutschen kommen werden? Eben im Zusammenhang des Zweiten Weltkrieges war, diese Attacke vielleicht zu erwarten, nach Dänemark, nach Polen? Well, you have to remember that the situation was that Norwegians had been fighting against Russians in Finland in 1939. We really didn't know what the Bolsheviks were up to. And the days before the 9th of April, 1940, when Norway was attacked, the British had been putting mines in the fjords, and Norway was a neutral country. And then we had Germany. So, to be honest, what we discovered by doing the research is that people really didn't know, when the signals came that there was a fleet coming up, we heard that there was a lot of German ships coming up. But who were the attackers? It could be British, it could be the Bolsheviks, the Russians, or it could be the Germans. Wo was the heck was that? The situation was very familiar. We had the situation in Norway. Norwegen fought in Finland in Finland against the Russians. And in this phase had the Briten the Fjordes been gone. Man merkte plötzlich, there were ships coming, but they weren't. It was the Briten, the Russians, the Germans, or the Deuteron. Es war eine ganz unklare Situation und in dieser dramatischen Situation erzählst du ihm vom König, wie sich der König damals verhalten hat. Und auch das ist für mich völlig neu, er war ein demokratisch gewährter König. Er ist aus Dänemark gekommen, 1905, also vielleicht sogar der einzige demokratisch legitimierte King. Du verstehst ein bisschen Deutsch, ne? Das ist wirklich überraschend, um von mir zu lernen, dass er wirklich elektrisch war, ein demokratischer, elektrischer King. Ja, das Mann, King Haakon, er war eigentlich ein Prinz von Dänemark. Und Norge hat gerade ihre Freiheit von Schweden. Und die Leute waren quasi in Panik. Die denken, was wir jetzt brauchen, ist ein König. Denn wenn wir ein König, die Schweden werden, werden wir wiederholfen und nehmen uns zurück. So, wer könnte unser König sein? Norge war der älteste König in der Welt. I mean, sort of the kings were invented there 2,000 years ago. But now we needed a king again. And they looked all over and they figured out that the little brother of the Danish prince, he could be our king. Let's ask him. And that man, clever guy, he said, I will be your king if the people want me to be your king. But then I like you to have an election. And if you are electing me, then I will accept it. And then I will be a king serving your country. I will protect this country as the people are on top running this country. The parliament, you guys asking me now, will be over me and I will be your old servant, doing everything for Norway. Und so hat er sich übrigens dann auch verhalten. Also das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Es gab ja diese Vereinigung oder dieses gemeinsame Land im Schweden und Norwegen. Und erst 1905 kam die Unabhängigkeit. Und da hat man sich überlegt, es wäre gut, wenn wir eben für dieses neue Land ein König hätten. Hat sich umgesehen, hat den Bruder gefunden, des dänischen Prinzen. Der wäre doch gut. Und der hat gesagt, ich mache den Job. Aber nur, wenn es demokratisch legitimiert ist. Ich will wissen, dass die Leute mich wirklich wollen. Also deshalb wollte er diese Wahl unbedingt. Und diese Wahl hat er dann angenommen, um eben dann sozusagen für dieses neue Land, dieses neu entstandene Land da zu sein. Das war er auch. Das sieht man im Film auch, dass er ein sehr bürgerlicher König auch war. Dass er sehr für die Menschen da war. Und dass er eine große Hingabe für das Volk hatte. Und jetzt frage ich dich, Karl, du spielst in dem Film ja als Österreicher einen deutschen Gesandten. Das ist ähnlich wie ein Botschafter, nicht so ganz direkt. Die in dieser dramatischen Zeit versucht zu vermitteln, ganz offen, wie waren die Vorgänge für dich? War da irgendwas vertraut, auch in dieser dramatischen Verwicklung dieser wenigen Tage? Nein, ich kannte von der Geschichte nahezu überhaupt nichts. War mir überhaupt nicht gegenwärtig. Ich fand also erstens mal die historischen Abläufe wahnsinnig spannend. Aber dann ganz speziell, auf meine Figur bezogen, den Charakter dieses Kurt Breuer, des deutschen Gesandten zu der Zeit, unglaublich spannend, weil wahnsinnig ambivalent. Der war davor in der deutschen Botschaft in Paris, hat sich versetzen lassen. Nach Oslo, weil er geahnt hat, dass nach der Invasion von Polen und der Besetzung von Frankreich, dass das nicht aufhört mit dem Appetit von Hitler. Und dass das Ganze ihm zu heiß geworden ist, noch dazu, wo seine um einiges jüngere Frau gerade schwanger war. Und er wollte, dass sein zukünftiges Kind in einem Land aufwächst, wo es halbwegs sicher und friedlich war. Und er hat diesen Gesandtenposten angenommen und kam dann erst recht wieder genau in diese unglaubliche Zwickmühle, aus der sich niemand entziehen konnte, der irgendwie Teil dieses Systems war. Und du spielst das wirklich ganz überzeugend, finde ich, diese Zerrissenheit von ihm. Dass er eigentlich, natürlich ist er Teil dieses Systems. Wenn der Führer anruft, dann steht er stramm. Aber er versucht ihm auch vielleicht wirklich noch etwas zu retten, auch vielleicht für die Menschen. Also es ist schon auch ein sehr ambivalentes Porträt, das da gezeichnet wird. Ja, das ist ja auch diese Tragik dieser Figur, dass ein Mensch glaubt, dass man auf der falschen Seite das Richtige machen kann. Und er ist sehr spät bemerkt, dass das einfach nicht geht. Du kannst auf der falschen Seite immer nur das Falsche machen. So gut du es auch meinst, so richtig du es auch machst, mit der größten Überzeugung und deines Gewissens. Aber wenn du auf der falschen Seite stehst, dann bist du dort. Du kommst nicht mehr auf die Richtige rüber. Ja, nun kommt ja also die Nazi-Armee tatsächlich nach Norwegen. Wir sehen das auch. Und das sind auch großartig inszenierte große Szenen. Also da starben Menschen, es wird bombardiert. Es gibt Schlachten quasi, kleine Schlachten. Aber wir haben noch nicht beschrieben, Erik, was denn nun eigentlich die Entscheidung des Königs ist. Was ist seine Choice? Er hat eine Entscheidung und die ist unheimlich schwer. Und das wird, das müssen wir endlich mal sagen, von Jesper Christensen, also extrem eindrucksvoll gespielt. Er gibt dieser Figur eine solche Würde, eine solche Wucht und gleichzeitig sowas ganz menschlich Normales. Aber was ist denn nun eigentlich die Entscheidung? What is the decision? His choice. His choice. Well, the king's choice. He is in a position where, you know, as the attack comes in the early morning of 9th of April, everything collapses. The government, the prime minister, doesn't want to be a prime minister anymore. The whole parliament system collapses. And he suddenly, as a king, you know, if you know anything about the king, the king is not a president. The king is just like a ceremonial figure. But he is also the one to look for the constitution, but he is also the one to look for the constitution, that, you know, thing works. Accept that he is doing it and avoid sort of battle war or say that for the people, they would never accept Quisling as the prime minister. So we just have to declare war and say no to that. But I can't do that. You guys, the government, you have to do that. So he is saying to the government in the very end, I'll accept what you do, but if you don't, if you accept this Quisling, if you say yes to the Germans, I will abdicate. And that's sort of, you know, what he does. So in a smart way, without taking a political power, he is pushing them to that. This is a really great thing that he did. I have just forgotten to translate. I have just said, Norway has the oldest monarchie of the entire Menschheitsgeschichte. Also a long, long tradition. And the difficult situation, in which he is in this moment, he must actually make decisions happen. He is also a president. He is really standing up and standing up and standing up and looking for the constitution. But now, through the political development, he is forced to be politically, politically to be. So he has to be in a certain direction. He has to be the political responsibility. He has only these two possibilities. Es ist eine Entscheidung, die eine große politische Wucht hat. Zum einen hat dieser Quisling, dieser Nazi, der hingerichtet wurde nach dem Krieg, im Staatsstreich die Regierung übernommen. Jetzt könnte der König sagen, wir unterwerfen uns ihm und damit auch den Deutschen. Oder wir tun es eben nicht, wir akzeptieren es nicht. Dann werden wir Krieg führen. Wir müssen Krieg führen gegen die Nazis. Er sagt nicht selber, was man tun soll. Aber es ist eine große Herausforderung, wenn man den Film so sieht. Wenn man sieht, wie die Leute dort agieren. Und man versteht es wirklich sehr gut. Das klingt vielleicht alles sehr kompliziert. Aber man versteht wirklich sehr gut, was da abläuft. Was ging dir durch den Kopf, als du diese Vorgänge gesehen hast, die schicksalhaft sind für Norwegen? Auch für das heutige Norwegen, glaube ich. Ich habe das auch an den Reaktionen der Zuschauer heute gemerkt, dass die das durchaus als einen absoluten Beitrag zu unserer Gegenwart empfunden haben. Und dass diese Geschichte eine Art Gegenmodell zu dem ist, was wir heute in der Gegenwart rundherum auf der Welt, nicht nur in Amerika, vorfinden. Und weil sie gerade vorhin, oder weil Eric erzählt hat, da war ein Mann, ein König, der gesagt hat, ich möchte gerne euer König sein, aber ich will, dass ihr darüber abstimmt, ob ich euer König sein soll. Und heute finden wir mehr und mehr Staatsmänner, die sagen, ich will, dass ihr darüber abstimmt, dass wir überhaupt nicht mehr wählen und überhaupt nicht mehr abstimmen. Und ich eigentlich immer da bin, ohne dass ihr das wollt. Und insofern spiegelt das schon sehr gut etwas wider, was verloren zu gehen scheint und was aber existenziell wichtig ist für Freiheit und Demokratie, nämlich Menschen mit Charakter, Menschen mit Haltung und Menschen, die bereit sind, für ihre Haltung auch notfalls zu sterben oder einzustehen zumindest. Und in diesem Film gibt es noch viele andere tolle Schauspieler. Katharina Schüttler ist als seine Frau da zu sehen. Dann sehen wir zum Beispiel Anders Basmo Christiansen. Den haben Sie vielleicht gesehen in Welcome to Norway, in dieser wunderschönen Flüchtlingskomödie. Ein ganz großartiger Schauspieler, der also den Prinzen spielt und der natürlich mit jugendlichem Ungestüm den Vater auch mal dazu drängen will. Nur tu was, nur tu was. Und deshalb auch am Schluss nochmal die Frage, Erik, an dich, was eben der Film für dich ausmacht. Also ich hatte so das Gefühl, das ist durchaus auch eine Verehrung, eine Hommage für diesen König. Der kehrte 1945 zurück und war so was wie ein Geschenk für die Demokratie in Norway. Also in Norwegen, ich denke mal, he was like a gift for the democracy in Norway. You can understand that in the movie. When he came back in 1945, it was easier with a king like that to start again, a new period of democracy. Well, important to remember that what people remember, King Haakon for the day he died in 1957, he was voted as one of the most significant sort of supporter fighters for democracy. But he was also the one, on the first day after the war, when the war was over, he expressed obviously, let's let the international court do what they do, but we need to open up for our German friends, because the only way to avoid this is to start together now and rebuild our relationship. So he was a strong supporter for Germany from the first day in May 1945, as he was a supporter for so different groups. So, once again, when he died in 1957, together with Winston Churchill and another third person, he was sort of voted as the strongest voices for standing up for democracy. And also, of course, it was important to show that, but I would like to see that the relevance, why tell another story from the Second World War? what can we learn by that today? Because it's a story about an interesting German character who was fighting as much for keeping the freedom, but it's also about a leader. In a time where we see leaders surrounding us, taking power for their own need, for their own personal interest, while here you see a man risking not only his own life, for standing up for democracy and what's best for the people. Also nochmal die Beschreibung dieses Mannes. Der ist 1957 gestorben und wurde dann gewählt zusammen mit Churchill zu einem der größten Unterstützer der Demokratie und der Freiheit. Also das war die Position, die er in der Geschichte eben eingenommen hat. Und er war übrigens vom ersten Tag an, also als er zurückkehrte, 1945 immer für die Versöhnung mit Deutschland. Er hat gesagt, wir müssen unseren deutschen Freunden zusammenarbeiten. Also vom ersten Tag an hat er wirklich versucht, dort auch ein europäisches Netz mit aufzubauen. Also das war ihm unendlich wichtig, das eben als Friedenstat einzusetzen. Und er betont eben auch nochmal, warum erzählt man jetzt nochmal so eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg? Es gibt ja schon so viele, aber gerade wenn wir uns heute das Korrespondent mit dem, was K. gesagt hat, uns anschauen, was für politische Führer es gibt, die also nur an sich selbst denken, die nur einen eigenen Vorteil eigentlich wollen, dann ist es wichtig, an so jemanden zu erinnern, der eben für sein Volk da war, der sogar sein eigenes Wohl und das Wohl seiner Familie, das sieht man im Film auch, wie dramatisch das übrigens war, tatsächlich die Flucht in der Familie, das alles mit eingesetzt hat, um für seine Überzeugung einzustehen. All das kann man sehen in diesem Film, es ist ein Fest der Schauspielkunst auch, aber es ist gleichzeitig extrem spannend und man lernt eben, wie gesagt, wahnsinnig viel über diese dramatische Zeit und über einen aufrechten König. King's Choice, ist der German Release? Yes, there will be a German Release. You know when? Not quite sure. And maybe, maybe in cinemas, maybe directly on digital platforms, but it will be. Also wir werden diesen Film sehen und ich denke immer, der ist auch extrem notwendig. Der Film King's Choice, unter anderem mit Karl Markowitsch, ein Film von Erik Poppe, bei dem ich mich herzlich bedanke. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.